Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ETS2 Mod Vorstellung hier auf Alpha Logistik. Wir schauen uns heute mal den Iveco S-Way an. War ursprünglich mal von HBB, wurde tausendmal geleakt. HBB entwickelt hier nicht mehr weiter, ihr kennt die ganze Geschichte. Und der wurde jetzt auf die 1.45 geupdatet. Wir gucken mal was der kann, ob der Sound funktioniert und sowas. Weil die Iveco S-Way glaube ich auch ein Truck ist, der relativ viele von euch interessiert. Wir haben erstmal zwei Kabinenvarianten, einmal mit, einmal ohne Spoiler. Okay, hätte man auch als Anbaupunkt regeln können, aber ist mir jetzt relativ egal. Wir haben ein Lowdeck Chassis, wir haben ein NP, ich glaube das ist Gas. Also NP steht auf jeden Fall für Natural Power. Ich gehe mal davon aus, dass es das Gasding ist. Und 6x2 haben wir auch. Ihr seht es schon einmal in Low, einmal in Normal. 6x2 als Gas gibt es nicht. Ich denke mal einfach, weil du den Gastank dann nicht gescheit unterbringen kannst. Aber da könnt ihr mich gerne aufklären, wie das in der Realität ist. Wir haben Motoren von 310 bis 570 PS. Wir haben einige Getriebevarianten zur Auswahl, 12 und 16 Gänge. 6 Gänge gibt es auch, sehe ich gerade. Und das Ganze dann auch noch mit Retardern. Wir haben zwei Innenräume, einmal ein bisschen dunkler, einmal ein bisschen heller. Okay, ja. Gut, bei dem helleren, wo das Amateurbrett heller ist, ist aber hier oben der Bereich dafür dunkel. Ich werde daraus nicht wirklich schlau, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier noch ein paar Skins mit am Start. Wir haben hier zum Beispiel den Magirus-Skin, den finde ich immer ganz cool. Und wir haben hier auch noch aber einige andere Sachen, die ihr euch theoretisch draufpacken könnt. Sind jetzt qualitativ nicht die hochwertigsten Skins, aber ich finde, kann man schon machen. Wir haben ja natürlich auch Crystal White. Wir haben ja auch die Metallic-Farben vom, ich glaube vom Scania sind die. Also das Scandinavian Blue Metallic dürfte auf jeden Fall vom Scania sein. Wir nehmen das Ding jetzt aber einfach mal in Grau. Wobei wir können auch, ja, Blau. Blau ist auch ganz schön. Dann haben wir hier natürlich die Seitenverkleidung, die können wir HBB typisch auch in Chrom machen. Wer auch immer das tun wollen sollte. Und natürlich auch in Lackiert oder Plastik. Genauso sieht es bei den Türgriffen aus. Wobei, hier steht Chrom dran, ist aber Plastik. Und hier steht Plastik dran, das ist auch Plastik. Wobei, es könnte halt auch dunkles Chrom, ach, keine Ahnung. Das haben wir auf jeden Fall alles mit dabei. Wir haben das Iveco-Logo in Lackiert oder halt in Chrom oder halt beleuchtet. Wir nehmen aber das ganz Normale. Chrom dürfte ja richtig sein. Natural Power haben wir natürlich hier mit dem Fahrwerk nicht am Start. Was wir gerade hätten nehmen können, deswegen machen wir das Logo mal weg. Grill können wir auch in Chrom, in Lack, in Kunststoff oder Original haben. Und ich glaube, mit dem unteren Teil vom Grill hier funktioniert das genauso. Dann haben wir natürlich noch Halogenleuchten oder Halogenleuchten. Das macht natürlich auch sehr viel Sinn. Wir können auch theoretisch die ganze Frontstoffstange hier in Chrom haben. Oder in Kunststoff. Oder nochmal ein bisschen anders in Kunststoff mit so einem Unterfahrschutz können wir den dann theoretisch auch. Den können wir nicht anpassen. Weil das ist natürlich ein bisschen blöd, dass der immer verchromt ist. Weil ich würde den an sich, glaube ich, gar nicht mal so scheiße finden. Aber der ist, also es ist kein richtiger Unterfahrschutz. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber gut, okay, ist halt so. Wir haben ein paar verschiedene Kennzeichen. Wir haben auf jeden Fall chinesische oder was auch immer, Schriftzeichen. Wir haben auch ein französisches, ein deutsches und ein, ja gut, wir nehmen das Deutsche. München, passt schon. Wir haben hier die Schmutzfänger mit Iveco-Logo oder keine. Sie sind nicht ganz so hoch aufgelöst, aber es ist ganz okay, dass sie da sind. Wir haben hier einmal die Wahl zwischen Lackiert, Lackiert und Grundstoff. Dann ist quasi nur die Spiegelkappe hier lackiert. Komplett aus Kunststoff oder Mirror Cams oder, ja, Chrom. Nehmen wir die Mirror Cams. Ich finde die nicht hübsch und ich weiß auch gar nicht, ob es die Iveco-Sway in der Realität mit Mirror Cams gibt. Deswegen nehmen wir einfach mal das Ding hier. Wir haben hier verschiedene Sonnenblenden. Spiegel machen wir dann einfach mal weg. Lackiert und dann noch mit Zusatzbeleuchtung und Kunststoff mit Zusatzbeleuchtung. Haben wir hier auch einfach mal so eine entspannte. Ja, das ist, glaube ich, die Original. Dann müssten wir hier oben den Bügel noch wegmachen. Die gibt es aber auch. Ist auch ganz cool, passt zu der Sonnenblende aber natürlich nicht. Haben hier oben Iveco-Logo oder halt gar nichts. Ansonsten können wir auch noch Link, Fitcap. Ich glaube, die sind tatsächlich auch teilweise neu. Ich weiß gar nicht, ob es die alle bei dem Originalen von HBB schon gab. Wir nehmen mal Fitcap, weil das hier auch draufsteht. Passt ganz gut. Hörner können wir uns hier anbringen. Sowohl links als auch rechts. Die finde ich aber nicht ganz so schön. So einzelne wären mir da lieber. Nicht immer die Doppelten. Aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Hier oben können wir auch nochmal einen Bügel... Ach, das ist tatsächlich ganz cool. Ist cool, dass es geht. Wir haben hier ein paar Bügel mit dabei. Das ist natürlich blöd. Dann müsste man hier dieses Fitcap-Logo wegmachen oder eine Lightbox oder was das ist. Aber man hat hier schon ein paar Möglichkeiten. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Gut, ja, Interieurlicht haben wir in blau-orange-rot. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Ich baue es einfach mal ein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht auszuprobieren. Und auch hier die Abdeckung können wir in verchromt oder in Kunststoff oder in lackiert nehmen. Fitcap können wir wegmachen. Finde ich aber ganz cool. Kann man meiner Meinung nach ruhig lassen. Hier hinten haben wir verschiedene Chassis-Abdeckungen. Hier steht Radkappe, aber... Reifen haben wir jetzt keine speziellen mit dabei. Es gibt noch eine SCS-Datei, die heißt irgendwie Small Tire. Die passt dann zum Lowdeck. Aber ansonsten haben wir hier keine speziellen Reifen mit dabei. Ich habe die Small Tire SCS-Datei auch rausgelassen. Ansonsten gibt es noch irgendwas mit Lights, irgendwas mit Paint Drops und halt den Sound als SCS-Datei und den Truck selbst. Was ich gerne noch machen würde, wäre hier die Leiste in lackiert. Das ist jetzt aber gerade irgendwie nicht so den Anbaupunkt für. Aber okay. Hätte ich ganz cool gefunden. Hier haben wir noch so ein paar Leisten, die wir uns dran packen können. Aber das muss, finde ich, auch nicht so sein. Ich finde den ohne eigentlich ganz in Ordnung. Und dann gucken wir mal, was im Innenraum noch so geht. Wir haben hier einmal das normale Lenkrad. Wir haben das aber auch unten abgeflacht und wir haben das anscheinend auch in verschiedenen Versionen. Also wir haben es hier einmal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Nehmen wir doch einfach das Dunklere. Passt schon. Navi können wir uns hier in die Scheibe hängen. Das ganz normale Fahrerschild. Hier können wir uns noch irgendwas draufstellen, aber natürlich nur die Standardsachen. Das Megapack ist hier nicht mit dabei. Kann aber auch sein, dass ich auf dem Safecam hier einfach nicht drin habe. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber meine World of Drugs Sachen, die ich freigeschaltet habe zum Beispiel, sind hier jetzt auch nicht mit dabei. Tasche haben wir hier. Wir haben einen schönen Teppich mit Magirus Logo und auch das Magirus Logo hier vorne rechts. Das finde ich immer ganz schön. Weil Magirus ist einfach ein cooler Name. Wir haben hier ein paar verschiedene Spiegel. Darunter auch eine Kamera. Und dann ist der Monitor hier angebracht. Der ist extrem klein. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass der so klein ist. Aber da erkennst du halt nichts. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass es den S-Way sowieso noch nicht mit Mirror Cams gibt. Aber okay. Ja, ich glaube, Sissel wird entweder nicht unterstützt oder ich habe es nicht mit drin. Eins von beidem. Könnt ihr euch aussuchen. Fähnchen können wir uns hier halt reinhängen. Und hier oben wahrscheinlich noch so, ja, zum Beispiel ein Space Shuttle. Aber ist das nicht auch aus dem World of Trucks Event? Das habe ich aber nicht gemacht, weil das habe ich normalerweise nicht. Und ich glaube, Gardinen gibt es hier tatsächlich nicht. Aber muss man auch nicht haben. Hänge ich mir eh nie rein. Nur damit ihr Bescheid wüsst. Und das war es im Prinzip auch schon. Wir halten das hier einfach mal kurz und knackig. Wir kaufen uns das Ding aber. Mein IAA-DAF stelle ich einfach mal weg. Dann hören wir uns einmal den Sound an und gucken, wie die Interieurbeleuchtung in der Kabine so ist. Die Zwischensequenz hier überspringen wir mal. Das Modell dürfte uns allen von HBB mittlerweile ausreichend bekannt sein. Den IAA-Trailer da hinten. Da müsst ihr einfach mal auf meinem Kanal gucken. Ich habe ein Video dazu gemacht. Da findet ihr auch einen Link, wo ihr den runterladen könnt. Zusammen mit einem IAA-Truck-Skin für den DAF XG und XG Plus von Alpha Logistik. Vielen Dank nochmal an den DAF Trucker. Aber jetzt genug Quatsch erzählt. Wir machen jetzt einfach mal Zündung an. Wir können den Bordcomputer nach wie vor nicht durchschalten. Wir sehen hier aber ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ob das jetzt die aktuelle ist oder die vom Tempomat, finden wir gleich raus. AdBlue Diesel und so. Also so ein bisschen was sehen wir hier schon. Auch welcher Gang gerade eingelegt ist. Aber wenn man da ein bisschen was durchschalten könnte. Wäre es natürlich trotzdem cooler, vor allem weil das hier ein Paymod war, der mal für sehr, sehr viel Geld verhökert wurde. Also da kann man eigentlich schon mal ein bisschen mehr erwarten. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall mal den Motor an. Der Sound müsste nämlich vom Kriechbaum sein. Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen im Leerlauf hochdrehen, dann hören wir das auch. Der hört sich soweit gut an und der funktioniert. Der halt ein bisschen. Aber ist schon in Ordnung. Kann man schon fahren. Kriechbaum typische Soundqualität ansonsten. Das passt so. Licht können wir einmal anmachen. Dann leuchtet auch dieses Verstellding von der Lüftungsdüse da. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber leuchtet halt. Und dann können wir, würde ich sagen, einmal die Zeit auf, sagen wir mal, 2 Uhr morgens stellen. Damit wir einfach mal gucken können, ob die Interieurbeleuchtung geht. Und wenn wir jetzt mal auf O drücken, dann wird es hier definitiv auch hell. Die ist sehr dezent gehalten, aber es ist schön. Und es ist ein schönes Blau. Also die gefällt mir richtig gut tatsächlich. Also die Interieurbeleuchtung passt. Sieht man die von außen auch? Sieht man, glaube ich, von außen auch, ne? Wenn wir jetzt hier ausmachen, ja, das funktioniert. Also dann haben wir hier einmal das ganz normale Tagfahrtlicht. Dann haben wir das Standlicht und Abblendlicht. Fernlicht gibt es natürlich auch. Und Blinker, die funktionieren soweit auch. Ja, so hört sich der Blinker von Ihnen an. Ob das realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das weiß ich nicht. Und das war es im Prinzip soweit schon. Also ich will das hier gar nicht unnötig in die Länge strecken. Ich wollte euch einfach noch mal kurz in die WQS-Way zeigen. Link ist unten drin. Und jetzt holt bitte nicht rum, weil das ein geleakter Paymod ist. Der wurde so oft geleakt, ob ich da jetzt den Link unten reinpacke oder nicht. Das ist jetzt mittlerweile schon egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.